Die Rede von Jeremy Powell, dem Chef der USFED Notenbank, die ist für 16 Uhr angesetzt und dementsprechend ist mit Bewegung durchaus zu rechnen gewesen. Jetzt gucken wir uns mal genau das an, kurz nach 16 Uhr, ob es da schon so eine allererste Reaktion gibt und ihr seht das, die ist zumindest mal ein gutes Stück nach unten gegangen. Das ist mal so die allererste Reaktion, viele von euch wissen natürlich, dass fundamentale Einflüsse die Märkte bewegen, allerdings lässt es sich auch immer wieder erkennen, dass die Marktteilnehmer teils unterschiedlich und vielleicht manchmal auch abweichend auf die entsprechenden Ereignisse reagieren. Aktuell war das zumindest beim ersten Eindruck eine Abwärtsbewegung, jetzt bringen wir das mal in den Gesamtkontext der Bewegung, nicht nur diesen letzten Ausschnitt, gucken uns mal das an. Okay, wir sind immer noch aufwärts unterwegs gewesen seit diesem letzten Tief, seit dem 24. August vormittags, deutsche Zeit vormittags, also nächtlich Amerika. Jetzt gucken wir uns mal die Bewegung an, von hier bis da oben ging es ja immerhin erst mal hoch, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Allerdings, ihr seht das, mit vielen, vielen Rücksetzern kleinerer und größerer Natur, irgendwie hat man den Eindruck, dass das Ganze nicht wirklich die Haupttrendrichtung ist. Denn Haupttrendrichtung ist typischerweise gerne etwas, was möglichst stark ist, was möglichst einwellig, einhellig ist, sage ich manchmal dazu. Also was eine klare, eindeutige Bewegungsrichtung angeht, wir sehen, es geht hoch und immer wieder steil zwischendurch nach unten. Da ist die Angst in den Aktionen der Marktteilnehmer förmlich greifbar. Also ihr seht das, hoch ja, aber aktuell sind die Marktteilnehmer in dieser Aufwärtsbewegung, die wir hier sehen, in diesem letzten Teilstück, oder ihr seht das hier sogar noch angedeutet, in dem, was ich hier jüngst gezeichnet hatte, zum Beispiel im 4-Stunden-Chart. Das ist noch nicht so richtig verheißungsvoll im Sinne von, jawohl, jetzt sind wir wieder auf der Long-Seite. Eigentlich im Gegenteil, ich habe so ein bisschen die Vermutung, das ist jetzt nur mal so eine Andeutung hier beim Dow Jones. Ihr erinnert euch, ich mache ja häufig so Zeichnungen rein, komm, das machen wir jetzt mal schnell als Übung. Na, das war jetzt sogar noch der falsche Knopf, das vergessen wir. Ich bin völlig überfordert hier. Höchster Punkt, tiefster Punkt und wir wissen, Korrekturen laufen eben gerne in diese Zone rein. Das ist nicht immer so, aber es ist eine Orientierungshilfe. Wenn er da reinläuft, also wenn eine Bewegung, die dagegen läuft, in diese Zone irgendwo kommt, dann wissen wir, das ist absolut in Ordnung, dass das die Trendrichtung war, dass eine Korrektur war, allerdings noch unter einer Nebenbedingung. Die Aufwärtsbewegung muss korrektiv sein. Wir haben es eben schon mal angedeutet im 5-Minuten-Chart oder hier im 4-Stunden-Chart. Also wenn ich die beiden vergleiche, diese Abwärtsbewegung, die übrigens auch Gegenbewegungen hatte, seht ihr das? Hier war eine Gegenbewegung, wo hatten wir noch eine größere, ähnlich groß. Hier war noch eine Gegenbewegung, die sind ja sogar einigermaßen passend. Wir hatten hier so ein bisschen kleinere mal, aber wir sehen, diese Gegenbewegungen, die gleich großen Gegenbewegungen, sind überlappungsfrei. Jetzt vergleichen wir das nochmal hier. Hier haben wir eine Gegenbewegung, die ist vielleicht ähnlich groß, hier war vielleicht ein bisschen kleiner, aber wir sehen schon, die sind alle überschneidend. Deshalb habe ich die Vermutung, leider nicht das Wissen, aber die Vermutung, dass das eher korrektiv ist. Allerdings die Erfahrung, dass korrektiv typischerweise nicht die Haupttrendrichtung ist. Wenn die Aufwärtsrichtung also nicht die Haupttrendrichtung ist und vorher eine starke Richtung vorgeherrscht hat, dann spricht einiges dafür, dass wenn das zu Ende ist, die vorangegangene Haupttrendrichtung sich nochmal fortsetzt. Also ihr seht, ich sehe den Markt in einer, manche würden sagen, Gefahr oder zumindest in der Chance, je nachdem, ob ihr das mehr als, ey cool, da gehe ich nochmal short oder als ihr sagt, um Himmels Willen, bitte nicht noch schwächere Kurse. Aber in der Chance, dass der Kurs hier nochmal sich nach unten fortsetzt. Ein Indiz, bitteschön, leider kein Beweis. Ich wünsche, ich weiß, viele sagen, nee, nee, du musst mir jetzt schon ganz konkret sagen, völlig fehlerfrei. Das und das passiert ja als nächstes. Ich tue mich mal jetzt auf als ein Wahrsager und ich fasse das tatsächlich so auf. Das wäre wirklich Knochenleserei, wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt tatsächlich so. Oder Kaffeesatzleserei, sagen ja einige zur Charttechnik. Und zwar Charttechnik, allerdings, wenn wir diese steigenden Tiefs, die steigenden Hochs, die machen ja eine Bewegung aus. Wenn dieser Mechanismus durchstoßen wird, da können wir es noch nicht sagen, das ist ja jenseits der Hochmarke. Das heißt, wenn dieses Zwischentief durchstoßen ist, wäre das quasi eine Andeutung, dass diese Korrektur zu Ende ist, die ja, das hatten wir ja eben festgestellt, auch groß genug ist für eine vollständige Korrektur. Sie hätte also alle Größenordnungen für ein Ende dieser Bewegung. Das heißt, wenn er hier durchgeht, dann wäre zu erwarten, dass wir das hier in etwa nochmal bekommen. Das wäre ein ziemlich normaler Fall. Ja, also jetzt Short. Nee, nee, ich habe ja gesagt, wenn er hier durchgeht, zumindest mal, wenn man auf dieser Zeitebene argumentiert. Solange er jetzt hier noch nicht durchgeht. Das heißt, vielleicht sogar noch nach oben geht. Vielleicht hier im Kurzen, ich gehe jetzt mal bewusst, um mal so einen Kontrapunkt zu setzen. Hier im Minutenschart einen starken Anstieg macht. Vielleicht eine ABC runter macht. Also das Pandor, was wir hier im 4-Stunden-Chart gemacht haben, nur umgekehrt. Nämlich stark hoch. Vielleicht wackelig. Ebenfalls hier wieder so der mittlere Bereich. Und der Kurs hierhin geht. Wäre das also noch ein Zwischenlong? Er darf ja auch noch ein bisschen höher. Also wenn er bis 33.700 geht, wäre diese Logik wackelig hoch, korrektiv, in diese typische Zone hier immer noch nicht durchstoßen. Allerdings, wenn er noch viel höher geht, dann wird das dann immer weniger wahrscheinlich. Das heißt, da würde ich mich dann langsam von den Short-Überlegungen zumindest mal nach diesem Gedankenmodell verabschieden. Ich wäre aber ja auch nie unten getriggert. Das heißt, schadhaft wäre es nicht. Ich habe da meine Wahrsagerei, dass dieses Bild ganz gut aussieht. Zwar völlig falsch gemacht, aber Geld kostet es nicht, weil ich komme ja nicht rein in die Position. Ihr seht also, wie wichtig es ist, so Auslöser abzuwarten. Nicht einfach zu sagen, ich habe eine Idee, ich mache einfach. Sondern idealerweise zu sagen, ich habe eine Idee, macht das denn dann auch. Beweist mir doch mal, dass ihr den Wunsch und den Willen und die Kraft habt, den Markt in diese Richtung eben gehen zu lassen. Also ihr seht, ich bin im Moment noch eher, was das angeht, negativ eingestellt. Ich muss allerdings auch sagen, wenn ich mir das so vorstelle im großen Bild, diese Bewegung, die wir hier des Tagesebene, das ist die Abwärtsbewegung, die wir hier vorne links hatten, dieses Teilstück. Wenn die jetzt von da noch mal runter geht, dann würden wir hier landen und damit immer noch, sogar wenn er genau gleich groß wäre, überlappungsfrei in der Bewegung. Vielleicht geht es aber ja noch ein bisschen weiter hoch und dann geht auch natürlich der Projektionspunkt ein bisschen höher. Das heißt, wir sind sogar noch konfliktfrei, was das Überschneiden dieser Korrekturen angeht. Das ist ja nur ein Gedankenmodell. Für uns als Händler ist es allerdings so, dass wir sagen, wenn der Kurs diese entsprechenden Marken triggert, wäre das ein Trade wert. Ob das jetzt tatsächlich aktuell passiert, das hängt jetzt auch noch hiervon ab. Deshalb entweder auf diesen Trigger warten oder im kleineren. Das muss nicht zwingend Minute, das war jetzt nur, um euch dieses Verhaltensmuster zu zeigen. Immer dran denken, habt ihr eine starke Seite, habt ihr eine schwache Seite und das Ganze wird durchstoßen. Dann ist zumindest als Orientierung das, was ihr vorne habt, da hinten nochmal sehr realistisch. Das kann mehr sein. Hier war es ja auch mehr. Das muss auch nicht die gleiche Geschwindigkeit haben. Hier war es sogar steiler. Aber es hilft mir eher einzuschätzen, was ist denn wohl vorrangig, vorzüglich sozusagen das, was ich als Bewegung zu erwarten habe. Hier jetzt im ganz kurzen Schub hoch, wackele ich runter. Stellt euch vor, ich mache jetzt nochmal dieses Gedankenexperiment. Er macht jetzt gleich so, das weiß ich nicht, und er durchstößt diese Marke, das weiß ich auch noch nicht. Dann ist aber meine Erwartungshaltung, dass das ist. Ja, aber Rüdiger, warum weißt du jetzt das? Das weiß ich natürlich auch nicht. Das wäre aber statistisch gesehen eines der typischsten Verlaufsmuster, dass das so entsprechend passiert. Und es bietet mir auf der Gewinnseite viel mehr als auf der Risikoseite. Das heißt, wenn ich dann damit doch falsch liege, was regelmäßig passiert, verliere ich aber im Anbetracht des möglichen typischen Gewinns viel weniger. Das heißt, selbst wenn ich damit gar nicht so häufig richtig liege, stellt euch vor, ihr liegt sogar in der Hälfte der Fälle falsch, verliert in der Hälfte der Fälle zum Beispiel so viel, gewinnt in der anderen Hälfte so viel. Und dann seht ihr, obwohl wir gar nicht so toll sind, so gut ist der Trader gar nicht. Der hat ja meistens nicht mal recht. Und trotzdem verdienen wir noch mit dieser Grundüberlegung Geld. Also ihr seht, worauf das hinauskommt. Ist natürlich jetzt ein bisschen vereinfacht, aber ich zeige es euch gerade hier an diesen einfachen Mustern. Da könnt ihr so in etwa abschätzen, mit was wir rechnen, worauf wir hier gucken. Wie sieht es aus beim S&P? Das grundsätzliche Prinzip ist das Gleiche. Ich muss allerdings sagen, beim S&P ist diese Korrektur hier nicht so ausgeprägt. Da wäre es mir fast lieber, der würde sogar noch einmal hochgehen. Ich habe hier sogar noch die alte Zeichnung. Dann hätten wir hier das etwas ausgeprägter. Es hätte den zweiten schönen Vorteil, dass diese zweite Hälfte der Abwärtsbewegung noch weiter weg ist, wenn er noch ein bisschen höher hier kommt als diese Überschneidung. Also alles eher gut. Und ihr seht, hier hatten wir zwar den deutlichen Rücksetzer am Markt allerdings wieder ungefähr erholt. Also noch ist der Druck nach unten nicht wirklich da. Also jetzt auf die Short-Seite zu wechseln, sehe ich noch nicht. Aber ihr seht schon, worauf das Ganze hinausläuft. In dieser Kiste könnt ihr im Zweifelsfall auch im kurzen Chart für alle Intraday-Händler heute noch mal nach so etwas Ausschau halten und überlegen, ob man an der Stelle nicht Short geht, wenn es dann tatsächlich auch getriggert ist. Also alles noch in Ordnung. Das ist die Zeichnung von gestern. Das erzähle ich euch jetzt nicht nochmal in Detail. Das könnt ihr ja selber mehr oder weniger nochmal sehen. Schub runter. Irgendwie wackelig hoch in diese Zone. Die Marken, hier wäre es nicht genau erkennt. Ich mache es nochmal einmal groß. Einfach hier in die Mitte und ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Fibonacci-Marken. Ganz grob zwischen 13.150. Die hatten wir schon, 13.400 und ein bisschen was. Sowas in der Richtung. Aber möglichst korrektiv. Das heißt dreiwellig oder wackelig, damit wir unterscheiden können. Das ist die starke. Das ist offensichtlich die schwache Richtung. Beim Bruch der Tiefseiten. Dann die Short-Seite da entsprechend nochmal eingehen. Klingt für mich nach einem Plan. Das ist grundsätzlich beim DAX nicht großartig anders. Ich muss allerdings dazu sagen, hier finde ich sowohl die Aufwärtsseite, die wir hier hatten seit den August-Tiefs, ich mache es nochmal ein bisschen größer, mehr oder weniger dreiwellig. Und wir wissen, dreiwellig ist nicht so richtig doll. Oder es ist doch fünfwellig. Aber wenn es fünfwellig ist, dann haben wir hier Kursüberschneidung, ist nicht so doll. Also irgendwie ist aufwärts korrektiv. Noch ist abwärts allerdings auch dreiwellig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment sehe ich noch nicht, dass der Markt den großen Dreh da plant. Allerdings, wenn er sowas machen würde, dann wäre ich ganz toll wieder zufrieden. Dann hätten wir nämlich unser klassisches Bild, nämlich unser fünfwelliges Bild nach unten. Hätten wir hier eine Korrektur. Anschließend nochmal die Abwärtsbewegung. Genauso wie ich das gerade eben erklärt habe bei den Amerikanern. Also so atypisch ist das, was der DAX im Moment nicht macht. Macht nicht so. Also insofern, da sind die Märkte sich ziemlich einig. Nehmt mal mit. Im Großen würde ich im Moment dieses Bild bevorzugen. Aktuell jetzt Short zu gehen. Naja, wenn er hier unten triggert von mir aus beim Dow Jones. Das war die Tiefmarke. Die hatten wir am 25. August Deutschland so gegen Mittag. Das ist in etwa bei 32.860. Jetzt hier allerdings gemessen auf den September-Future-Kontrakt. Also insofern, das wäre ein Punkt, der dafür in Frage kommt. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen weiterhilft, dass ihr damit eine Idee habt, wie das in etwa aussieht. Und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr vor dem Wochenende nochmal in den richtigen Entscheidungen kommt und gegebenenfalls ein bisschen heute noch was mitnimmt. Ansonsten ein schönes Wochenende und nächste Woche geht's weiter.